Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Cultures. Wir sind bei der zweiten Mission Helluland. Die Wikinger entdecken eine neue Welt. Dabei geraten sie in einen Konflikt zwischen zwei verfeindeten Dörfern. Unsere Fahrt hatte uns weiter in Richtung des Sonnenuntergangs geführt, als jemals zuvor eines unserer Schiffe vorgestoßen war. Vor uns lag nun die Küste eines unbekannten Eilands. Hinter einem schmalen Strand, der weitgehend von Schnee und Eis bedeckt war, erhob sich ein dunkles, steiniges Gebirge. Kaum ein Strauch oder Baum wuchsen an seinen Flanken. Es schien aus einem mächtigen Stück zu sein, sodass man glauben wollte, Wotan selbst hätte im Zorn diesen Fels vom Dach der Welt geschleudert. Mein Vater gab ihm darum den Namen Helluland, was Steinland bedeutet. Wir konnten am Ufer keine geeignete Lagerstätte entdecken. Und segelten darum der Küste entlang Richtung Süden. Nach einigen Stunden Fahrt wich der Schnee langsam zurück. Zartes Grün trat an seine Stelle. Auch waren nun einige Bäume und Büsche zu erkennen. Mein Vater entschied hier an Land zu gehen. Er nahm Kurs um eine kleine Landzunge herum und legte in einer vor der rauen See geschützten Bucht an. Als wir das Knarr verließen, sahen wir, dass seine Wahl gut getroffen war. Büsche voll saftiger Beeren würden unseren Hunger stillen. Wild gab es reichlich im Wald und in der Bucht wimmelte es von Fischen. Holz war ebenfalls zur Genüge vorhanden, sodass wir Hütten zu unserem Schutz errichten konnten. Wir danken Thor für unser glückliches Schicksal und begannen, das Schiff zu entladen und unsere Zelte aufzuschlagen. So, dann legen wir mal los. Wir haben hier noch quasi gar nichts. Okay, ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Die letzte Aufnahme ist nämlich schon wieder ein paar Tage her. Womit fangen wir an? Mit einem Fischerzelt, würde ich sagen. Das machen wir mal da hinten hin. Haben wir überhaupt schon Bauarbeiter? Träger, Bauarbeiter, ja. Kundschafter. Wir haben einige Bauarbeiter, das ist sehr gut. Machen wir mal hier den Holzfäller hin. Den Jagd machen wir da oben hin. Und ich würde sagen, hier schon mal ein Bauernhof. Ganz wichtig, das Vorratsfeld, das machen wir mal hier relativ zentral. Jetzt muss ich erst mal wieder überlegen, wie man das Tempo hochdreht. Das habe ich nämlich auch schon wieder erfolgreich verdrängt. Hauptmeni würde ich nicht. Warte mal, Technologie auch nicht. Wo gab es denn hier nochmal die Einstellung? Egal. Ich weiß, man konnte irgendwie das Tempo hochdrehen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Schon mal nicht mit den F-Tasten. Egal, wir belassen es erst mal bei dem Tempo, das wir jetzt haben. Ah, sehr schön. Hier haben wir auch Lehm. Das ist schon mal wunderbar. So, einen Kundschafter haben wir auch. Du kannst ja schon mal losrennen und ein bisschen die Gegend erkunden. Und somit deiner Aufgabe als solche gerecht werden. Werner graben wir mal hier nach... Wasser und gucken mal, ob wir da ein bisschen was finden. So, sieht aus, als hätten wir hier einfach nur jede Menge Platz zum Bauen. Das ist schon mal super. Sehr gut. Fischer-Zelt wurde schon mal fertiggestellt. So, du hast noch keine Aufgabe. Das ist doch super. Dann... Warte mal, nee, wir müssen erst mal... Sagen, was du tun sollst. Du wirst jetzt mal Fischer und fängst hier an zu arbeiten. Damit wir Mampf haben. Mampf ist wichtig. Ohne Mampf keinen Kampf erkennen die Weisheit. Ist eigentlich irgendwer schon verheiratet? Wenn nicht, dann würde ich sagen, sucht euch doch mal alle einen Partner. So, du bist... Ah, du hast den Beruf Bauarbeiter von... Sehr schön. Du bist nun erwachsen. Ach so, stimmt, du warst das. Sehr gut. Sucht ihr doch auch mal eben eine Frau? So, der Bauernhof ist fast fertig. Braucht noch ein wenig. Ach, Grimel, du bist jetzt erwachsen. Ja, guck, dann suchst du dir doch auch mal einen Mann. Und dann schauen wir auch mal, dass wir fix ein paar Wohnzelte bauen. So, Platz für den Brunnen ist da auch. Das ist schon mal super. Also, beziehungsweise Wasser haben wir hier. So, du dir auch mal einen Göttergötten. Und... Moment, du hast schon einen, oder? Ja, du hast schon alles klar. Goodie, 8 Steine haben wir auch. Sehr gut. Haben wir alles da. Ich muss echt noch mal gucken, wo man die Spielgeschwindigkeit entschädigt. Ich hätte schwanken, wir haben es beim letzten Mal gemacht und auch gewusst. Heilskrim hat nichts zu tun, ja. Du wirst schon bald was zu tun haben. Ach, du brauchst ja das Holzfänderzelt. Okay. Kann man das ja nicht priorisieren. Nope. Haben wir denn überhaupt noch genug Holz? Ja, haben wir. Sehr schön. Gut, das Gehölfte ist gleich auch fertig. Perfekt. Du kriegst mal ein Punkt in Stärke. Du kriegst mal... einen enthalten, damit du ein bisschen maskenkompatibler wirst. Und du in Religion, auch dass deine Frömmigkeit steigen möge. Kurze Punkt, was ist... Erkunde die Gegend und finde heraus, wo sich der Sonnenstil... Also, okay. Gut, wenn das Ziel Gegend erkunden ist, dann würde ich sagen, erkunde ich jetzt noch nicht zu viel. Weil ich, äh... Erstmal noch mich ein bisschen hier aufbauen will. Nicht, dass ich hier einen Event trigger und dann... Wir dumm dastehen, wenn er mit seiner Armee um die Ecke kommt. Und wir haben noch nicht mal irgendwelche Wohnhäuser fertig. Das wäre ziemlich schlecht. So, ihr könnt da dann gleich einziehen, wenn ihr das fertig gebaut habt. So, und... Moment, wo ist deine Frau? Da ist deine Frau. Ich komme direkt an männlichen Erbenzeugen. So, du hast den Beruf der Fischerei erfunden. Sehr schön. Gut, du bleibst erst mal hier in der Nähe. Ich muss mal ganz kurz in den... Wo ist er denn? Der Tech Tree. Da. Ähm... Nehmen Sie mal... Ach, stimmt, wir brauchen erst mal einen Farmer. So war das. Ich lasse jetzt aber erst mal noch weiterbauen. Aber du könntest doch schon mal Farmer werden. Zack. Dass wir schon mal mit Getreide so nach und nach klarkommen. So, und du sorgst auch mal bitte für männlichen Nachwuchs. Wir brauchen nämlich ein paar Arbeitskräfte. Halfgrim hat immer noch nichts zu tun. Das kommt noch. Und wenn nicht, dann zwischendurch halt bald um zu einem Jäger oder Nebenarbeiter oder was auch immer. Warte mal, wir schauen mal, was können wir dir denn da für Berufe geben? Ach, keiner, der so richtig Sinn macht. Dann bräuchte ich aber auf jeden Fall bald einen Holzfäller. Das solltest du als erstes machen. Also, das ist jetzt fertig. Das Jägerzelt. Ne, das Vorratszelt. Sehr schön. Du hast trotzdem nichts zu tun. Schade. So, da wird ein Kind gemacht. Sehr schön. So, du sammelst fleißig Beeren. Wunderbar. Wie ging denn noch mal das mit dem Tempo, verdammt? War das Ziffernblock? Wann habe ich den jetzt hier? Entschuldigung, ich hatte die jetzt versehen irgendwo hingeschickt. Ah, ne, aber mit dem Ziffernblock kann man sich ein bisschen schneller über die Karte wehren. Das ist auch schon mal nett zu wissen. So, das Jägerzelt ist fertig. Aber ich glaube, ich möchte, dass du lieber erstmal einen Holzfäller wirst. Halte ich zumindest gerade für etwas wichtiger. Ja, wenn wir nur noch 14 Holz haben und für Nahrung haben wir ja noch unseren Fischer und die Damen sammeln auch Beeren, also... Perspektivs brauchen wir auf jeden Fall natürlich eine Schule und auch eine Kaserne. Straßen könnten wir mal bauen. Okay, über diese Wasserpfütze geht's anscheinend nicht. Zumindest nicht von der Stelle, wo wir waren. Nope, geht nicht. Nun gut, dann ist das so. Okay. Nicht wundern, ich teste gerade mal diverse Tasten aus, um zu gucken, ob wir irgendwie das Tempo hochgedreht kriegen. Ich weiß, ich hätte schon können, es ging doch irgendwie. Gut, werde ich ansonsten mal im Nachgang schauen. Beziehungsweise, ich gucke parallel auf dem Handy. Ob ich auf die Stelle bei Google, was finden das doof ist, wenn man Kalschas eingibt? Kann man drauf Sachen... Ich will keine Cheats für Kalschas, verdammt nochmal. Ja, egal, so, wir haben hier halb, kann man nichts zu tun. Das Holzfällerzell wird fertiggestellt. Gut, dann lasse ich ihn doch jetzt mal Holzfäller werden. Zack. So, einmal Holzfäller, dann hast du auch was zu tun.